Was ist das Reh? Der will sich ein paar Pilze reintörnen. Sagt der Hase wieder hier, ja, Drogen, Drogen, gar nicht gut für dich, lass mal lieber die Finger davon und komm mit uns joggen. Überredet auch das Huhn, die joggen zu dritt weiter, laufen weiter, am nächsten Baum sitzt der Bär und will sich gerade eine Leine reinhauen. Sagt der Hase wieder hier, oh Bär, Drogen, ey, scheiße, komm, das ist out. Komm, die mit uns joggen, ey, das ist doch total blöd. Und der Bär überlegt dann kurz und steht auf und haut den Hasen um. Das Huhn und das Reh stehen daneben und sagen, sag mal Bär, bist du bescheuert? Der will dich hier zum Joggen überreden und du haust ihn einfach platt? Dann sagt der Bär, ja, glaubst du, ich hab jedes Mal Bock zu joggen, wenn der Hase auf Ecstasy ist oder was?